Also nehmen wir erstmal eine Funktion in der Hand, man sieht, cooler Homescreen, wie schon erwähnt, man hat die Briefing-Funktion auf der linken Seite, die ist schon von den aktuellen Tablets, die Tab S bekannt ist und neu hinzugekommen, was also verbessert ist, beispielsweise dieses S-Node Widget. Das S-Node Widget kann halt einfach schnell S-Node starten, eine Note schreiben, wenn man halt schnell eine schreiben möchte, ein Screen Capture, dazu kommen wir gleich, Text schreiben und natürlich eine Nachricht aufnehmen. Um die Screen Capture-Funktion darzustellen, wird natürlich die Kamera gestartet. Wir nehmen auf der linken Seite mal schnell, gucken ob das so klappt, die Specs davon, vom Note. Man sieht schon, es wird automatisch fokussiert, der Text, der halt eventuell gecaptured werden kann, dann wird kurz gerechnet und das Bild wird gerade dargestellt. Das heißt, wir haben gerade gesehen, das wurde schräg aufgenommen und wir haben es jetzt gerade und können es damit auch in unsere Note einfügen lassen, einbetten. Wir können dann auch selbst bearbeiten, ein bisschen von der Größe ändern, etc. Wir können es aber auch einfach übernehmen erstmal, die aktuellen Funktionen, dann wird nochmal gerechnet natürlich, um es halt einzubetten in diese Note. Und dann kann man einfach Sachen markieren, alles mögliche damit machen. Eine sehr, sehr coole Funktion, wie ich finde, sehr alltagstauglich. Eine weitere Funktion ist, in der Kamera enthalten, das ist dieser automatische Bildstabilisator, den kann man natürlich aktuell schlecht vorführen. Es gibt auch noch weiterhin diesen, einen sogenannten White Selfie Modus, dass man die Frontkamera benutzt und dann in einem 90 Grad Winkel, glaube ich war es, Selfies macht. Das ist eine coole Funktion, aber weshalb ich eigentlich hinaus möchte, ist, man hat den neuen Multi Winkel Modus. Man tappt einfach oben rechts in der Ecke die App an, zieht sie rein, als wie quasi eine Mausbedienung und kann dann die Position ändern und dann im Hintergrund einfach weiterarbeiten. Sehr, sehr cool. Man kann natürlich auch Messages öffnen, mit den Messages exakt das gleiche machen, dann hat man die und man kann angeblich bis zu 16 Apps nebeneinander machen. Ist jetzt die Frage, ob das sinnvoll ist, muss jeder selbst wissen, aber eine sehr, sehr coole Funktion, wie ich finde. Dann weiterhin eine neue Funktion ist der Voice Recorder, das heißt, eigentlich ist die Funktion nicht neu, das heißt aber, mit drei Mikrofonen, die verbaut sind, hat man da mehrere Modi. Der Interview Modus hat dann zwei Partner und im Meeting Mode kann man dadurch, dass drei Mikrofone verbaut sind, immer den Gegenpart hören. Das heißt, man hat mehrere Richtungen, bis zu acht Richtungen, aus denen man das hört. Aktuell kann man es schlecht hören, man sieht, dass es aus meiner Richtung kommt, da ich aktuell rede, verrückterweise. Und man kann danach jede einzelne Richtung, aus der das aufgenommen wurde, wiedergeben. Sehr, sehr coole Funktion, wie ich finde. Ansonsten wäre es das erstmal zu den groben neuen Funktionen des Note. The difference, except that it's totally weird. Uh, this is the thing now, this is the Samsung Galaxy Note Edge. And yes, this is absolutely another one of Samsung's crazy, let's try everything phones that's actually coming to life. Uh, and to be fair, when the Galaxy Note first came out, it was another crazy experiment, but now they're everywhere. So, maybe this is one of those things that looks crazy now, but, you know, might look totally normal in the future, who knows. So, this is the Note Edge, it's clearly nearly identical to the Galaxy Note 4, it's brother. It has all the same internal specs, all the same software, same camera, same everything, but it has some extra display hanging off the edge, and that's what they call it, the edge display, or the edge screen. So, here's how it works. Up front, on the front, is a 5.6 inch Quad HD Super AMOLED display. It's fantastic. So, again, super high pixel density here. And then curved over on the right-hand side is an additional 160 pixel wide strip of display, and that's it. That's what this phone is all about. I figured I'd show it to you guys because you're probably going to start hearing about it on the news as Samsung's crazy new curved display, but it's really not all that crazy. It already has the super high-end specs that we know are going to perform well from the Note 4, so it's really all about whether or not this awkward shape can actually help using the phone instead of hurting it. So, Samsung's built in a bunch of different features into the software to work just on that strip that you can swipe between. There's sports cores, custom messages, Twitter trending topics, even an alarm clock mode that'll just show the time super dim. But what's really cool, or at least what can make this really cool, is that Samsung is giving out an SDK for developers to be able to make apps that actually use this strip. It's called the edge screen. There's already a bunch of settings and a bunch of things to pick from. But the other thing people aren't talking about is when you really want to take advantage of that entire front display, that strip needs to get out the way. And when I spend time with it, it looks like it does a pretty decent job of doing so. So, like when I'm watching a YouTube video and I go full screen, the bar disappears, so it's fine. It leaves this faint text that says, My Galaxy Note Edge, but I think it should really be just pitch black. And then when I want to bring it back, I can swipe in at any time, move around between them. And when I want to go full screen again, I can just tap the video again and it goes back to full screen. So, as long as it's this seamless, it seems like it will be out of my way when I don't want it. And it's actually kind of hard to tell where the flat part of the screen ends and the curved part begins because the graphics overlap so often. But I could see this kind of stuff being useful to someone once they get used to the swiping gestures to bring these tools in and out of view. There will always be people saying, That's really dumb, I'm never going to use that. But again, some people will probably be willing to try it. I think the one thing they drew up pretty well is these quick tools, which are a swipe down from the side. And they provide this quick access anywhere to tools like a stopwatch, a voice recorder, or even a ruler. And what makes them so great is they operate entirely in the side panel. So, they're not like a window hovering over the top of your main activity. This is true multitasking because they're just over the side next to what you're doing. They're not interrupting. That's pretty legit. Also, it left me wondering a couple things like, Which hand am I supposed to use this in? Are lefties not supposed to use this? Am I crazy for thinking this actually looks kind of cool? I don't know. I figured I would show it to you guys. It's obviously a bit of a weird experiment, but something I felt the need to get on video. If you're into the Note 4, this is something that's literally going to show up in stores alongside the Note 4 when it comes out. The only difference is going to be the edge screen and the slightly smaller 3000 milliamp hour battery, since the curve kind of takes away some space. But honestly, the one that's going to decide whether or not this succeeds or fails is you. Because it's, again, it's another one of those Samsung throw it out the wall, see if it sticks experiments. So what do you think? Even after just watching videos on it, I honestly don't know how I feel. I held one. I messed around with one. I still don't know how I feel. Obviously, it has a lot of the same advantages of the Note 4 with the S Pen, the camera, huge display, aluminum. But on the other hand, it still seems really awkward and unnecessary and cumbersome. But that was only after an hour.